Dieser Topolader, den man hier sieht, ist vom höherpreisigen Fahrzeugsegment. Was man hier sehr schön sieht, ist der Topolader und der Abgaskrümmer ist am Stück. Vielleicht kurz zur U-Achse. Die U-Achse ist aufgebaut in zwei Teile. Einmal den Planschieber, einmal die Antriebseinheit. Die U-Achse ist eine vollwertige NC-Achse in der Maschine, frei programmierbar. Wir haben zwei verschiedene Werkzeuge im Einsatz. Einmal für die V-Bandbearbeitung und einmal für die Lagersitzbearbeitung. So eine Schneidplatte hebt ca. 50 bis 60 Bauteile. Sehr abrasives Material. Daher haben wir hier auch einen additiv gedruckten Kurzklemmhalter eingesetzt. Dieser hat speziell ausgeprägte Kühlkanäle. Einmal oberhalb der Schneide, einmal unterhalb der Schneide. Sehr stabile Werkzeugauslegung, Kurzklemmhalterauslegung. Auch bezüglich Störkontur. Was hier auch noch speziell ist, wir haben hier einen SBA-Schieber verbaut. Oder einen SBA verbaut im Schieber, wo Sie mit einer Schraube das Werkzeug lösen können. Und daher kann der Kunde das Werkzeug raus, das nächste Werkzeug rein und weiter bearbeiten. Zur Lagersitzbearbeitung. Wir sehen hier die verschiedenen Durchmesser. Einstiche, Phasen, Radien. Da benötigt man eigentlich ein riesen, sehr großes Sonderwerkzeug oder mehrere Sonderwerkzeuge. Was dann erschwert noch hinzukommt, das Sonderwerkzeug baut einen riesen Schnittdruck auf. Das Bauteil fängt an zu vibrieren und die Toleranz wird dann nicht mehr gegeben. Und so kann ich mit so einer U-Achse, mit so einem Aussteuerwerkzeug, die komplette Kontur in das Bauteil einbringen. Wir versuchen heute mit unseren Möglichkeiten Grenzen zu überschreiten und auch mit neuen Impulsen die Kunden weiterzubringen. Eine gewisse Sicherheit zu vermitteln, versuchen das dem Kunden rüberzubringen und freuen uns auch, wenn der Kunde dann unsere Technologie einsetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017